Hi, hier ist wieder CubeTube, ich bin der Lars und wir sitzen hier gerade und planen den Mobile World Congress in Barcelona. Ich sitze hier mit dem Johannes und mit dem Marcel, hier sieht es die Planung und hier ist das für zwischendurch, wir müssen natürlich auch ein bisschen daddeln. Und bald geht es los, ich glaube wir haben jetzt noch so ungefähr eine Woche und dann startet der MWC 2016, die Pforten öffnen sich und es erwartet uns eine ganze Menge. Was gibt es für dich Marcel? Ja, wir sind natürlich alle gespannt auf das S7 von Samsung und das G5 von LG, das werden somit die Highlights sein, denke ich mal, die auf dem MWC zu sehen geben wird. Ganz klar, also die Nummer, an der kommt man nicht vorbei, eigentlich warten alle nur da drauf. Dann gibt es auch noch, HTC wird auf jeden Fall da sein, die werden wieder irgendwas zeigen. Sony, macht doch, haben die nicht gerade das Z5 vorgestellt? Ach, da kommt auf jeden Fall auch irgendwas, die stellen was vor, jeder muss da was zeigen. Huawei. Huawei. Ich bin sehr gespannt, was da gezeigt wird. Huawei ist mit einer meiner Favoriten, ich bin total gespannt auf diesen Laptop. Es wird auf jeden Fall nichts geben, wir planen das auf jeden Fall gerade durch und wir werden euch aus Barcelona das Ganze live dann tatsächlich auch bringen, jeden Abend in so einer Talkrunde, wo wir euch dann erzählen, was es so gab, was es zu sehen gab. Wir werden euch auch Gäste einladen, also Hersteller, die euch dann erklären, was es mit den neuesten Geräten auf sich hat. Insofern, es wird sehenswert, die beiden Jungs begleiten uns hier und ihr werdet auf jeden Fall hier auf Cube Cube nichts verpassen. Und dann, also, es wird sich um die Z5 vorgestellt. Und dann, also, es wird sich um die Z5 vorgestellt. Und dann, also, es wird sich um die Z5 vorgestellt. Und dann, also, es wird sich um die Z5 vorgestellt. Und dann, also, es wird sich um die Z5 vorgestellt. Und dann, also, es wird sich um die Z5 vorgestellt. Und dann, also, es wird sich um die Z5 vorgestellt. Und dann, also, es wird sich um die Z5 vorgestellt. Vielen Dank.